Hallo, da seid ihr ja wieder. Freut mich, euch wieder zu sehen. Heute öffnen wir schon das zwölfte Törchen. Seid ihr schon gespannt, wie es weitergeht? Ich freue mich, dass ihr dabei seid und zuhört. Wenn ihr heute mitraten möchtet, wäre es gut, wenn ihr euch einen Zettel und einen Stift bereitlegen würdet. Viel Spaß! Es war kurz vor sieben und somit Zeit, um aufzustehen, obwohl ich mich am liebsten nochmal umgedreht hätte. Ich ging zum Fenster und wollte hinaussehen, wie das Wetter heute war, damit ich mir die richtigen Sachen zum Anziehen raussuchen konnte. Auf meinem Fenster waren wunderschöne Bilder aus Schnee gesprüht. Sterne, ein Schneemann, ein Renntier, ein Weihnachtsmann, Glocken und ein Engel. Die Sonne, die durchs Fenster schien, ließ das Schneespray richtig glitzern. Freudig machte ich mich auf den Weg zu Wolfgang. Das musste ich ihm unbedingt erzählen. Ich klopfte und wartete auf seinen Herein. Als ich in sein Zimmer kam, stand Wolfgang vor seinem Fenster und sah sich die Bilder an, die er auf seiner Fensterscheibe hatte. Denn auch sein Fenster war besprüht worden. Cool, sagte ich. Ich wollte dir gerade von meinen Bildern berichten und sie dir zeigen. Willst du sie dir mal ansehen? Wir gingen erst gemeinsam in mein Zimmer und dann in den Flur, um zu sehen, ob es einen neuen Brief gab. Und es gab einen. Diesmal wieder ordentlich im Briefkasten und das Fähnchen war wieder nach oben geklappt. Auch standen heute alle Sachen wieder an seinem Platz. Der Weihnachtskranz hing ordentlich wieder an der Tür. Ich nahm den Brief und gab ihm Wolfgang. Er las ihn vor. Guten Morgen, ihr beiden auf Türkisch. Ich konnte fast gar nicht schlafen, weil ich so ein schlechtes Gewissen hatte, wegen der Kugel, die kaputt gegangen ist. Ich war ganz erleichtert, als ich euren Brief gelesen habe, dass eure Mama nicht mehr böse mit mir ist. Mir ist ein Stein vom Herzen gefallen. Ich habe mich so sehr darüber gefreut, dass ich mir spontan überlegt habe, eure Fenster mit weihnachtlichen Motiven zu verschönern. Ich hoffe, es gefällt euch. Mir ist dann nochmal das mit dem Versprecher durch den Kopf gegangen und mir kam dann eine Idee. Habt ihr vielleicht auch Lust, mal zu reimen? Ich habe euch den Text aufgeschrieben und ein paar Worte weggelassen. Diese sollt ihr nun finden und sie an der passenden Stelle einsetzen. Dann legt ihr mir den Brief wieder zurück in meinen Kasten. Ich hoffe, es macht euch Spaß. Hier nun der Text. Wenn wir im Wald spazieren gehen, können wir viele Tiere, ein Hirsch mit großem Geweih, eine kleine Maus, die huscht, ein Eichhörnchen knabbert mit Genuss an einer braunen, eine Eule schaut vom Baum herab, ein Wurm kriecht auf einem, doch wenn die Tiere sich erschrecken, werden sie sich schnell... Na, könnt ihr das lösen? Ich lasse mich überraschen. Euer Nils. Wir nahmen den Brief und legten ihn ins Wohnzimmer auf den Tisch. Jetzt war erst einmal Zeit fürs Frühstück und dann ging es ab in die Schule. Da hatten wir nicht die Zeit, um die passenden Worte zu finden. Als wir wieder zu Hause waren und Wolfgang mit seinen Hausaufgaben fertig war, setzten wir uns zusammen und überlegten, was da wohl für Worte hinkommen. Ich habe übrigens noch keine Hausaufgaben auf. In der Vorschule gibt es das noch nicht. Wolfgang nahm sich das erste Wort vor. Was reimt sich denn auf Gehen? Wenn wir im Wald spazieren gehen, können wir viele Tiere drehen. Oder wenn wir im Wald spazieren gehen, können wir viele Tiere ähnlich sehen. Nee, das passt nicht. Also weiter überlegen. Wenn wir im Wald spazieren gehen, können wir viele Tiere ansehen. Das könnte passen. Nun war ich dran und ich überlegte, was denn bei meinem Satz für ein Wort fehlte. Einen Hirsch mit großem Geweih, eine kleine Maus, die huscht, herbei. So könnte es sein. Oder gibt es noch was anderes? Einen Hirsch mit großem Geweih, eine kleine Maus, die huscht, anbei. Wir wechselten uns ab, bis wir alle Worte gefunden haben. Wir nahmen nun den Brief von Nils und Wolfgang schrieb Folgendes unten drunter. Lieber Nils, das mit dem Reimritzel hat voll Spaß gemacht. Hier ist unsere Lösung. Wir mussten zwar eine ganze Weile überlegen, aber so hört es sich richtig gut an. Dein Wolfgang und deine Kerstin Wenn wir im Wald spazieren gehen, können wir viele Tiere sehen. Ein Hirsch mit großem Geweih, eine kleine Maus, die huscht vorbei. Ein Eichhörnchen knabbert mit Genuss an einer braunen Haselnuss. Eine Eule schaut vom Baum herab, ein Wurm kriecht auf einem Blatt. Doch wenn die Tiere sich erschrecken, werden sie sich schnell verstecken. Nun nahmen wir den Brief und legten ihn wie immer in Nils Briefkasten. Und na klar, Fähnchen nach oben. Dann gingen wir ins Bett und freuten uns schon auf den nächsten Tag. Wir wollten doch wissen, ob wir die richtigen Worte gefunden haben. Möchtest du wissen, wie es mit Nils und den Kindern weitergeht? Dann besuche morgen wieder meine Seite und öffne das nächste Türchen. Damit du keine Folge verpasst, abonniere mich doch am besten. Über einen Kommentar oder einen Daumen hoch, wenn dir die Geschichte gefallen hat, würde ich mich natürlich sehr freuen. Bis morgen. Ciao. Und schlaft schön, falls ihr euch die Geschichte als Gute-Nacht-Geschichte angehört habt. Süße Träume. Die Geschichte als Gute-Nacht-Geschichte 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 als Gute-Nacht-Gesch